Wir machen ein Standard von Zürcher-Vertifels-Stadtgefahr, nicht das dritte, dass die Norddeutsche zum Klimawandel beiträgt. Das ist eine Runde. Wir stauen zwei, zweieinhalb Stunden. Kommt auf an, wenn die gute Laune ist. Wir halten uns mit dem Punkt wieder. Jetzt fahren wir Jana um. Wieso? Das ist verprobiert. Noch mehr Gas. Komm! Jetzt muss ich mir gehen. Sie sind auf dem Fahrrad, wenn es schlecht ist. Und weil ich nicht weg bin. Nein, wenn es hier nicht weg ist, was? Also? Weißt du gar nicht, was ich nicht weg bin? Ah ja, nein. Dann haben wir zwei Komponenten. Wir gehen jetzt. So, wir haben noch einen Komponenten. Oh, wir haben noch einen Komponenten. Nein! 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 Nicht, weil sie gelenkt haben!